Hallihallo Leute, Willkommen zu Let's Play Pokemon Fire Ash In der was wäre, wenn ich in Pokemon Nivea Edition Part Keine Ahnung Season 2 auf jeden Fall Wir haben Picard schon nochmal auf 39 gebracht Und hatten in der letzten Folge ums Rehorn gefangen Das neueste Teammitglied Und ich habe jetzt heute in Folge Kogas Arena rauszuformen Und wenn wir mit Kogas schon fertig werden Weiß ich nicht Aber wir werden es ausreden Juggler nicht Kämpft mit Smogger Ok Ok Ah Jetzt hat es mir mal Rehorn Gibt es die Docking an Zool 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 Was dass gut Aber nicht so gut geht Alles klar In Renton Trim � 30 Da kann ich nur noch Zool Was bedeutet das Alles klar aber auch die Folgen werden aufgenommen deswegen ist C2 auch kein ganzes Steam Projekt mehr was für mich persönlich auch einfacher macht aufzunehmen diese... wenn ich... wenn... kommt doch nicht... oder so schnell weiter... ich guck halt da an... also ich kann... so gut spieß 21 Uhr aufnehmen danach möchte ich die Fußball-EM gucken denn heute spielt... England gegen Tschechien wie ihr in dieser Folge seht ist die hier natürlich schon lange vorbei aber ihr wisst zu meinen dass ich... die Sympathen zur Zeit der EM aufgenommen habe eigentlich bringt das ja absoluter gesetz während der Aufnahmen beruht euch über die EM zu reden wenn ihr... wenn ihr... wenn ihr... dann weiß... wenn ihr das Video seht dann hakt und wie ihr... noch mal eins aus... wo ihr... Los... dann... dann... interessiert... So Rion, ach nö, kommt schon Verfolgung, ernsthaft. Oh, die Verfolgung wäre Rion definitiv schon wieder blab. Ich würde sagen, mit unserem Team könnten wir Tiroch echt zufrieden sein, bisher. Und ich werde auch an dem Team wahrscheinlich erstmal nichts mehr ändern. Das nächste Team ist tatsächlich ein weiteres Pokémon, das auf Ash gefangen hat. Und zwar wird unser voraussichtlich fünftes oder sechstes Team ein Relax zu werden. Jetzt halt nehmen wir auch Relax zu und Lapas mit, statt Quapo. Weil, ja, Relax zu hat auf jeden Fall eine Chance hin und Lapas ist halt auch ein sehr schön starkes Pokémon. Am besten die Beirutzen gar nicht. Ah ja, mit ihrem Lutzuck. Ein Gift- und Käfer-Pokémon. Nicht so wie manche Leute sagen, bei Oma zum Beispiel Käfer und Pflanzenflug-Pokémon. Ja. Ich vermute mal nicht. Okay. Ähm. Ich mag ihn um ihn nur da. Ich mag ihn um ihn nur da. Okay. So, Rion wird heil. Ganz weit so. Ich denke mal, Kruger könnte jetzt noch mal härter werden, weil Kruger benutzt Krumot und Golpert. Ich sehe gerade überlegen, welche Krumot und die beiden benutzer. Aber ich habe es gerufen, also ich denke, ich werde tatsächlich mit Glurak und X-Bad dahin gekampft gehen. Und Glurak, weil Ersch halt auch noch mit Nubanda gegen Kruger gekämpft hat. Und X-Bad einfach damit. X-Bad Korpen, die Leipz und Erschankern. Und so. 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 er auf jeden Fall für Kappel Püro soll sogar ganz schlau sein der Drehunter von Level 42 bringen damit das hier auch so etwas weiterentwickelt Zielfreude sind auf jeden Fall der sumpfländiger Seelenorten und den Weg zum Vulkanorn machen ein bisschen Vulkanorn schaffen glaube ich nicht, oder den Vulkanorn gewinnen in der Session glaube ich nicht aber ich denke mal ich werde vorher noch ein bisschen trainieren müssen aber sie schaffen leider ist der Seelenorten hier also ich glaube er zum Vulkanorn kann ich auch noch schaffen das Problem wird dann eher der Erdhorn die schwerste Erinnerung vermutlich ähm um die das in der ersten Season so gesehen waja das ist die schwerste Erinnerung von der Kanto oder ja mit Mewtwo Level 50 muss ich definitiv nicht verachten und für den Arena kann ich eigentlich schon gerne gut vorbereitet sein und dann wollen wir mal gucken ob wir gegen Kura jetzt schon eine Chance haben ich bin nachher nicht allertief zuversichtlich und dann wollen wir mal gucken ob wir gegen Kura jetzt schon eine Chance haben und ich habe mich jetzt entschieden ich werde Golbert ne Glut ähm Hört und Glut benutzen einfach mal um ein interessantes Matchup zu haben wotter fuck ein Ampel leuchtung und trumbe das äh Winkels tot Und... So... Ok, trafziehen ist eine gute Term. Ja, würde ich sagen, wir machen jetzt auf den Weg aus der Arena raus und dann... Würde ich sagen, machen wir uns schon langsam auf den Weg Richtung Sinoberinsel. Also, das nehmen wir natürlich auf den Weg auf. So... Ähm... Nur weiter auf den Schritt, was ich dann aufnehmen könnte oder was ich spielen könnte. Schreibt meine Kommentare. Ok... Oh dang, get in my way! Ok... Da hat immer eine gute Schmerzen. Ok... 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 Zack... Äh... Reden wir an der Trainer. Und wo man an Dario den Typen seinen Boden wieder geschummelt hat. Und zwar hat Team Rocket angehört damit sie für ihn schummelt. Ähm... Ich bin kein Fan von dem Kerl. Prepare to be amazed. Ok... Ich hab ne Ahnung wer das ist. Juggler Melvin... Nee... Ich stimme nicht. Nö... Nö... Einfach nur nö... Ok... Äh... Wir wollen einfach zurück. Du bist dran. Duttest dann bockst. Du hast'n bockst. Du hast'n bockst. Du hast'n bockst. Du hast'n bockst. Rion, du bist'n ja dran. In der Folge hat er sich hier Lurak-Numanda ursprünglich erst zu Blu-Tech zu weitergekippt Wir haben jetzt schon Lurak Na gut ne Oh So Mit Schlampus brennt er das ganze halt so jetzt gegen Marvin Da hat er quasi nämlich 6 Kokobeisten gegeben So und das muss hier aus dem Anrufster aus dem Prummer-Rund sein Äh, ja, das ist sehr gut tief Ja Mit K Und Galoppa glaube ich Müsste sagen wir mit Ja 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 I'll carry on. Okay, we're starting to get on my horn. We're starting to get on my horn. Okay, we're starting to get on my horn. We're starting to get on my horn. Okay, 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 we're starting to get on my horn.